So, endlich geht es weiter mit Mario Kart 64 beim Extra Cup. Und wir nähern uns immer mehr dem Ende. Den Mushroom Cup haben wir schon, den Flower Cup haben wir auch zum Glück schon. Jetzt fehlen uns nur noch der Star Cup, den wir jetzt machen, und den Spezialkup. Der wird nochmal richtig schwer. Aber komischerweise ist Mario Kart richtig geschrieben. Den Fehler haben sie bei Mario Kart Double Dash behoben. Oh ja. Jump. Blitz. Schön. Na schau. Ich hätte gedacht, wir schaffen noch ein Mieter. Aber wir sind erstens, das ist erstmal gut. Aber ich hege nicht zu viel auf ihn. Erst recht nicht mit dem übermäßigen Tempo von den Gegnern. So. Immer schön einen Boost haben. Bei mir kommt so vor, dass die Gegner richtig schnell, richtig schnell werden. Also noch schneller richtig schnell werden, wenn wir diese andere Ansicht haben. Nix ist. Und das... Ist. Kalunk, kalunk. Hupf. Tot dringt uns einfach weg. Oh, das ist... Uuuh, das ist... Hupf. Das ist nicht wahr. ... 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 eigentlich noch schon wieder man merkt es ist wirklich schwer aber hier kommen komme ich trotzdem irgendwie besser klar die die wird sterben die erholt sich auch so schnell grün gegen grün grün gegen grün ja grün 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 ja daran merkt man auch dass die Synchronsprecher dieselben sind jetzt kommt der andere Motor zu okay die rutscht gleich so aus kommt aber sowieso bald wieder die schmeißen da alles in die in den Spalt dazwischen nix ist grün sein eigenes falsches item trottel nix ist nix ist die 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 auch oder die verursacht nicht 團 ein auch 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 natürlich natürlich mal aha und wir sind wieder erste heftig ja na Peach, willst du reinfahren? meine Bananen ja, anscheinend schon boost und Panzer ist gut auch wenn mir ein roter Panzer lieber wäre aber den kriegt man als erster nicht so oft ich muss mich ahaha immer noch umstellen dass wir jetzt auf Spielen das ganze Spiegel verkehrt ist wenn man jetzt so drei Cups hintereinander auf normal spielt ah, herrlich herrlich im letzten Moment voll was von Ziel weg ach, ist das schön 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 Royal Raceway Star Cup Start oh, schade bo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ja ja um liegt nicht mit mir an mit blutig um um k und überholt mich nicht ja der ist jetzt hat man ja durch die banane gefangen realistisch wir fahren als zweiter durch durch die zweite runde hoffentlich nicht als dritter durch die dritte wieder schön den berg runterfahren dieses ausgerutscht das ist sehr gut immer alle wieder auf dichter kleinen gebiet und x funktioniert immer wieder nicht ach scheiße das war nämlich die letzte itemquelle vor der langen strecke ist ein kackvieh sag ich bereits dass du ein kackvieh bist wir sind schon zweiter so aus kassel starcoup letztes rennen spiegelverkehrt das wird schwer aber so richtig weil ich das schon richtig rumfahren kann ich gar hr die sind so lustig aus im grünen nur zwei äh was war jetzt grad mit peach los ach wahrscheinlich ist die zwischen den beiden ausgerutscht und äh überholt uns gleich wieder also wir sind jetzt durch lava in wasser gefangen jo und da entsteht nicht zufällig gestein oder so oder das wasser verdampft einfach nein ich muss mich übergestrahlen und das hier rumgewöhnen 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 wir äh rumgewöhnen jetzt heben wir uns mal schön auf rumgewöhnen drücke schön vorsichtig drüberfahren treppe peach 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 auf dem vierten platz oh Hä? Was wohnt denn der los? Oh! Äh! Genau. Ist ja nicht so, dass ich hier irgendwo rumfahren will. Nein. Ich fahr das mal zwischen die Ecken. Okay, wir müssen das nochmal machen. Ich krieg natürlich kein Item. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Also Item. Sim kriegen. Das ist fast nur Luxus hier, da kann man es gar nicht leisten. Genau. Boah. Äh. Mit dem goldenen Pilz überholen, wir wollen wie Luichi nicht. Also hatten wir fast wie Luichi nicht überholen, aber immer noch auf unser in unserem Tempo. Das geht euer auch nicht an. Aber wir, wir winnen trotzdem. Mit dem. Schick. Schön. Gut, wir sehen uns im nächsten Part. Tschöööö.